Hi, das ist A-Jockel und ich bin hier gerade ein bisschen unterwegs und dann bin ich hier auf ein Lager gestoßen und versteckt. Da ist halt auch sehr, sehr oft eins in der Nähe von der McFlorence Ranch. Und dann steigen wir mal ab und machen uns auf den Weg. Dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Boah, schöner Wurf, würde ich sagen. So, da habt ihr es ja gelesen, wo das Versteck ist. Und jetzt schauen wir mal. Da gehen es mal gemächlich an. Ich würde sagen, den haben wir mal in Frank gesetzt. Da haben wir mal in der Luft gesprengt. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen aufpassen. Ich wollte es ein bisschen schön machen. Aber dann gehen wir jetzt hier um Entdeckung. Dann machen wir es doch ein bisschen fändiger. Ich bin in den Rücken geschossen. Ja. Schöner Kopfschuss. Ups. Ja. Den haben wir auch. Den auch. So, da machen wir uns mal ein bisschen weiter runter. So, die zwei haben wir auch. Das Plündern nie vergessen, ne? Kennt ihr mal ganz gut. Lohnt sich oft. Da haben wir ja noch einer gehabt. Verblundernd. Da liegt noch einer. So, und dann geht es weiter runter. Jetzt an, lass ihn mutig. Wenn er sich so umbringe. Dann haben wir uns von hier auf den Weg. Und schon haben wir das Versteck ausgeräumt. Das gibt auch 150 XP. Und jetzt gehen wir mal da runter schauen, was da noch so rumliegt. da sind die Leichen wieder verschwunden. Schade. 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 Ich weiß leider auch nicht, warum das immer so ist. Es ist halt so, ne? Ja. Schade. Okay. Aber hier haben wir Versteck ausgenommen. Und dann, danke fürs Zuschauen. Tschau. Schade.